Im Internet wieder mal nichts Neues. Ich schaue mir mal die alten Bilder mit Freunden an. Wie? Auf jedem Foto bin ich am Telefon. Bin ich ein Idiot? Wie konnte ich mir das alles entgehen lassen? Ich versuche es wieder gut zu machen und melde mich bei Ihnen. Ich will erfahren, was Sie gerade machen. Hm, komisch. Wieso geht keiner ran? Hase? 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 Und? Ja. Ich gehe mal zu Katharina. Vielleicht sind Sie ja da. Wir haben uns freitags nur über ihr getroffen. Hallo, Sally. Hallo. Ich muss leider gehen. Wir sehen uns. Tschau. 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 Ich gehe schon mal hoch. Ahoi. Tschau. 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 Ich bin, dass ich euch wieder sehen kann. Direkt mit euch reden kann. Face to face. Ich bin sehr froh, dass ich das alles rechtzeitig begriff und meine Freunde und die Erlebnisse mit dir nicht verpasst habe. Ich mag meine Freunde sehr. Schätzt eure Freunde und Familie. Das Internet kann man nicht verlieren. Freunde schon. Was ist spannender? Zeit mit Freunden oder die Zeit im Internet? Wir sind gelungen. Machinaille mit Freunden oder die Erlebnisse mit einer Sch Projektlimer? Untertitelung des ZDF, 2020